herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft underground und heute sind wir wieder in unserer map das hier seht ihr schon mal vor produziert das kommt seht ihr alle nächsten video weil ich das video jetzt nebenbei ist aufnehmen weil ich jetzt auf ein paar fragen eingehen wollte die wahrscheinlich auch bald stellen werden weil unser wunderschönes projekt minecraft underground auch bald endet mehr dazu seht ihr nach dem intro die erste frage die sich wahrscheinlich bald stellen wird wann geht minecraft underground zu ende ich kann es euch schon mal sagen ich möchte auch nicht vor enthalten weil wahrscheinlich im november von anfang bis mitte oder sollte das server nicht mehr aushalten schon früher das wäre natürlich nicht so schön aber da kann ich euch schon mal sagen da habe ich wahrscheinlich oder werde heute in dem tag mit dieses video sieht ne werde ich auf jeden fall noch alle anschreiben und schauen ob die da mitmachen wollen weil ich sag euch was da kommt es wird auf jeden fall richtig geil naja dann kommt nicht noch eine sache warum habe ich meinen namen geändert das habe ich auch das gott auch schon sehr viele gefragt also erst mal ja grüße an alle die mich da gefragt haben auf jeden fall war es halt deswegen ich wollte es eigentlich als 500 abonnenten special machen weil ich habe das gerade gehört es hat gedonnert oder so keine alles 15 uhr 31 und auf jeden fall habe ich meinen namen geändert weil ich eigentlich als 500 abonnenten special machen wollte und ich habe meinen namen schon seit drei jahren drei jahren also wie viel ist eigentlich ist man ein bisschen nachdenkt und da habe ich mir überlegt ja ja komm da muss man schauen ja was vielleicht mal besser suchen kann dass man leichter findet und es konnten gab viele leute die sich meinen namen gar nicht merken konnten und ich habe es einfach nicht gecheckt warum und da habe ich mir über den jahren kurzen knackigen namen wo nicht hd im namen ist weil ich teilweise videos in 4k auflösung macht kommt immer darauf an alter was ist da draußen heute los ja weil ich teilweise videos in 4k macht und das wird passt dann nicht so wenn ich habe im namen habe obwohl ich dann eigentlich viel karteilweise videos macht es ist halt immer anders ich mache 22 videos aber unter hd mache ich auf jeden fall gar nichts da kommt die nächste sache auf sie was ich unbedingt sagen wollte hoch bin ich hier das seht ihr auch im nächsten video und warum dahinten in der sache rüstung steht im hintergrund naja wir lassen sich nicht vom bildschirm wir haben es gerade fans dazu macht auf jeden fall möchte ich auf jeden fall euch sagen die nettoerrüstung und was ich ja alles einmal base vornehmt ja das kann ich euch noch nicht so krass sagen weil ich weiß es irgendwie selber nicht was meiner lounge alles passiert was ja allgemein mit der base sollte ich mal lieber zu machen das schon wieder ein spoiler was alles passiert ich habe noch ein video was ich hochladen muss was ich bisher immer noch nicht hochgeladen habe also es ist einfach hier alles inzwischen passiert ist daumen das auch ein like da weil ja ich bin aktuell sehr krass am produzieren naja und das war es jetzt auch mit den kleinen info video auch wo es kein kleines info video war ich habe einfach nur irgendwelche fragen geantwortet die sich wahrscheinlich bei den kommentaren stellen würden aber keine ahnung egal das war's und tschüss